Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Arkansas von Amerika. Die ist vom Moder Samuel Batista Modding, hat eine Größe von 94,23 Megabyte. Er schreibt, willkommen bei Arkansas of American, einer Karte, die von einer ländlichen Region des Bundesstaates Arkansas mit ihrer sehr bewaldeten Vegetation inspiriert ist. Die Karte verfügt über ein helles Relief und eine Bergkette auf der Karte, von der Sie aus dem Panoramablick auf die Karte bewundern können, wo die Karte im Süden auf einen wunderschönen See trifft. Die Karte enthält insgesamt 61 Felder. Die Farm ist von Anfang an gut ausgestattet und verfügt über Geräte für die Arbeit mit Tieren. Um Zugang zur BGA zu haben, ist es notwendig, das Land zu kaufen, auf dem sie sich befindet. Die Karte enthält 37 Felder für die Landwirtschaft, 8 Weideflächen, 8 Forstgebiete, 4 Verkaufsstellen, zwei Ställe, einer für eine Kuh und der andere für einen Hühnerstall. Der Spieler beginnt jetzt. Gut, dann starten wir mal die Karte. Hier sehen wir die PDA. Uns gehört Grundstück 2, 3, 4, 10 und 11. Grundstück 10 scheint der Hof zu sein. 2, 3, 4 und 11 Felder. Und hier ist dann bei Grundstück 2 noch so ein Bereich mit dabei. Werden vielleicht auch so Hofgebäude drauf stehen. Schauen wir mal, ob die Karte irgendeine Legende hat. Weil hier so Kreuze eingezeichnet sind. Aber da müssen wir einfach mal gucken, was das ist. Dann können wir uns mal die Preise anschauen. So ein kleineres Feld kostet 50.736 Euro. Ein größeres 491.632 Euro. Dann haben wir hier noch Waldgebiete. Waldgebiete, zum Beispiel das 27 mit einem Wert von 55.000 Euro. Und das Waldgebiet 50 mit einem Wert von 205.136 Euro. Genau, alles in der Reihe nach. Abladestationen haben wir hier oben. Red Marble Bowling Restaurant. Dann hier ein Einkaufszentrum. Supermarkt. Johnsons Farmers Market. Fastfood Restaurant. Pizzeria. Und hier am Hof dieses Farmer 500 und OBI 1000 Silo. Dann haben wir hier einen Viehhandel. Und hier unten nochmal Johnsons Farmers Market. Lautestationen haben wir hier oben eine Tankstelle. Am Hof einen großen Treibstofftank. Und einen Misthaufen. Und hier unten haben wir noch ein Sägewerk. Produktionen haben wir hier eine Getreidemühle. Ölmühle. Schreinerei. Aria Florestal. Muss mal gucken, was das ist. Dann eine Müsli-Fabrik. Zuckerfabrik. Area Florestal. Dann eine Spinnerei. Traubenverarbeitungsanlage. Dann nochmal so ein Area Florestal. Wahrscheinlich geht es hier um Forstwirtschaftsflächen. Dann eine Spinnerei. Traubenverarbeitungsanlage. Steinerei. Nochmal so ein Waldgebiet. Und hier auch nochmal. Dann ein Sägewerk. Und eine Bäckerei. Tiere haben einen Hof. Hier einen Hühnerstall und diesen Kuhstall. Bei Verschiedenes haben wir hier das Farmhaus. Einen Fahrzeughändler und einen Viehhandel. Dann gucken wir mal den Wachstumskalender an. Sieht eigentlich relativ normal aus. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Produkte haben. Nein. Hier nochmal. Nein. Scheinen Standardprodukte zu sein. Die Tierstelle haben wir schon gesehen. Produktionsketten. Besitzen wir noch keine. Gut, dann starten wir hier am Hof. Hier ist dieses Farmer 500.000 Obisilo da. Dann haben wir hier gleich einen Topliner. 4090 HTS-Mädrescher mit Schneidwerk auf dem entsprechenden Schneidwerkstansportanhänger. Dann haben wir hier hinten was. Könnte das Farmhaus sein. Jetzt hier keine Trigger-Dochter. Also Schlaftrigger. Das ist die Frage. Können wir ins Haus? Nein. Gucken wir auch nirgends rein. Gut, dann haben wir einen Schlaftrigger. Dann haben wir hier diesen Hühnerstall. Hier ist schon die eine Seite, wo der Hof wieder ändert. Dann haben wir hier einen John Deere 4755 Traktor mit einem Klaus-V 1500 Gewicht. Und hinten dran haben wir eine Amazone Zenio 4000 Super. Grobber. Ich werde dann gleich das erste Feld zu bestellen. Dann haben wir hier eine Schäune. Wo schon ein paar Dinge eingelagert sind. Dann hier eben auch mehrstöckig. Kann ich ja oben ein bisschen was einlagern. Wenn man ein bisschen mehr Platz braucht. Da ist zwar ein Silo dabei, aber ich sehe jetzt... Jetzt schauen wir mal unten rein. Da ist so ein Fahresin 6.26 Classic Lader mit einer Maxi-Palettengabel. Dann haben wir hier unten eine Karte von Elm Creek. Schaut fast so aus wie die Elm Creek-Karte als Puzzlespiel. Gut, wenn man das immer sieht, dann weiß man... Das benutzt ja immer diese eine Modder. Aber ich glaube, hier ist es nicht. Gut, dann hätten wir hier noch so ein Silo, aber das scheint anscheinend hier keine Funktion zu haben. Dann haben wir hier einen Werkstoff-Trigger. Hier haben wir einen Treibstoff-Tank. Hier haben wir nochmal einen Fahrzeug-Unterstand. Mit einer Amazoni-Zentaya-3000-Super-Särmaschine. Und schon die 7810-Traktor. Hier vorne haben wir ein Klaus-W-1500-Gewicht wieder. Da ist auch nochmal ein Klaus-W-1500-Gewicht. Und eine Masse Ferguson 7719S. Und mit einem Rudolf-DK 280RL-Anhänger. Hier nochmal rüberschauen. Das ist so eine Art kleine Werkstatt. Allerdings nicht nutzbar. Sondern nur als Deko-Objekt. Gut, dann haben wir die eine Seite erkundet. Gehen wir zur anderen Seite rüber. Das ist der zweite Bereich, der kombiniert ist mit dem Feld. Wo wir hier gesehen haben, haben wir hier einen Misthaufen. Hier befindet sich unser Kuhstall. Wir sind jetzt noch keine vorhanden. Den müssen wir uns nicht noch zulegen. Und hier haben wir einen Brandner-TA-1250-Power-Spread. Das ist so ein Mist-Verteiler. Und hier haben wir einen Farm-Tech-Super-Size 800-Gülle-Fass. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir so ein Farm-Silo. Ich meine so ein Fass-Silo. Und eine Albut-Dung-Gabel. Dann hier haben wir so eine Schüttgut-Lagerhalle. Kann man aber auch als Fahrzeugunterstand nutzen. Dann haben wir hier nochmal so ein Fahrzeugunterstand. Wieder mit einem Klaus-Wi-1500-Gewicht. Vor einem Fand-Favorit vom FC. Mit einer Amazone-ZATS-3200-Dünger-Steuer. Dann haben wir hier so ein Sammelwagen. Den Strautmann-Zilon CFS-2501-DO. Dann haben wir hier eine Hardi-Mega-1200L-Düngerspritzer. Und einen Frontlader. Einen Q5M vom Quickie. Und eine Albut-Universalschaufel. Hier haben wir einen Sea-Looking-Trailed-Line 4.0 Premium. 2218-22 Puttermischwagen. Dann haben wir hier einen Heu-Wender. Einen Pöttinger Alpine 4.4H. Und einen Schwadern-Kuhn-GA 4731. Dann haben wir einen Mähbalken von Kuhn. Den Gmd 4411. Und den Kuhn-Gmd 3123F. Das hat ja der Modder in seiner Beschreibung geschrieben. Dass hier die Gerätschaften für die Viehhaltung schon mit dabei sind. Und dann sieht es so aus, als ob wir einen Hof erkundet hätten. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Flugmodus über. Schauen wir uns das Ganze von oben an. Allerdings können wir jetzt mal zu so einer Forest Area springen. Aber das ist die Frage, warum ist hier so ein Produktionsmarker? Gut, aber ich sehe hier keine Produktion. Und man sieht hier bei der Forest Area, also bei den Forsten der Waldgebieten, haben wir Nadelhölzer. Damit maschinell erntbar. Dann haben wir hier so eine Pizzeria. Dann hier eine Biogas-Anlage. Hier oben befindet sich das Kartenende. Dann haben wir hier den Viehhändler. Und hier hinten haben wir einen Fahrzeughändler. Und Schauen wir mal, was das ist. Tidl & Stitch, also so eine Kleiderfabrik. Gut, das Ganze ist ein bisschen bergig hier oben. Hier nochmal so ein einzelnes Haus. Wir haben eine Traubenverwaltungsanlage. Hier waren wir ja schon. Hier kann man drüber, die kann man auch auf dem Aussicht kommen. Dann schon einen Ausblick auf die Karte nochmal. Dann war ja hier unser Hof. Hier haben wir dann das Sägewerk. Hier ist so eine Milchverarbeitung. Oder eine Molkerei. Und hier haben wir so eine, ich würde sagen, dass es Mühle ist. Dann haben wir hier die Felder. Die überwiegend sehr helferfreundlich sind. Hier haben wir auch nochmal so eine Kornverkauf. Dann haben wir eine Tankstelle und eine Schreinerei. Dann eine Ölmühle. Und eine Zuckerfabrik. Oder ist das die Ölmühle? Genau, was war dann das hinten? Eine Müsli-Fabrik. Gut, was war das jetzt? Schauen wir schnell nochmal. Äh, das war das Red. Whole Marble Restaurant. Am See. Dann haben wir nochmal so einen Supermarkt. Einzelte Häuser. Hier auch ein bisschen offeneres Dorf. Dann haben wir hier einen Diner. Und hier, glaube ich, waren wir dann schon. Dann sehen wir nochmal eins. Waldgebiete. Gehen wir mal schnell in die Höhe schauen. Das Ganze von oben an. Einzelspieler, ja. Bis, würde ich sagen, anhand von der Feldanzahl. Bis drei Höfe im Multiplayer. Äh, äh, Forstwirtschaft möglich. Durch die Waldgebiete, die man hat. Können wir nochmal schnell runtergehen. Und sonst die Optik von der Karte mal selbst nochmal ansehen. Hier haben wir so ein bisschen wellige Straßen. Wird sagen, macht natürlich einen Eindruck, das Ganze. Die Völder sind jetzt auch nicht unbedingt ebenerdig. Also auch. Also auch, äh, Landschaftstechnisch jetzt nicht alles platt. Dann haben wir hier diesen Ort mit den Häusern. Durch der hier haben wir jetzt natürlich nicht viel Häusern. Häuser aber bei dem Gebiet. Wenn die Karte so ein Gebiet nachstellt, ist ja eher die Bebauung auch ein bisschen weitläufiger angebracht. Bis man mal in den Ort reinkommt. Fühlt sich wie so ein Ort an. Ja. Würde ich sagen. Gut. Dann schauen wir ins Bau-Menü. Schauen wir gleich bei Texturen. Sind Standard-Texturen für die Karte. Bäume sind auch Standard. Pflanzen sind auch Standard. Dekoration haben wir Standard-Täune. Standard-Lampen. Standard-Sonstiges. Tiere haben wir Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Bienen. Und beim sonstigen Standard-Gebäude. Bei Fabriken, Verkaufsstationen, Gewächshäuser, Plantagen und Generatoren auch. Bei Gebäude haben wir Standard-Hallen. Bei Silos genauso. Sielerweiterung auch. Container auch. Tools auch. Und Farmer ist er auch. Genau. Sind auch keine Mods aufgeführt. In der Kartenbeschreibung. Also diese Karte ist ohne Mods spielbar. Hat eine Größe von 93 MB. Gibt ja einige Serverhersteller oder Serveranbieter, die auch bis 100 MB anbieten. Könnte mit dieser Karte funktionieren. Dass man hier eine günstige Variante wählen kann. Wird halt mit zusätzlichen Mods wären halt keine drin oder eine große, lange oder in der Anzahl viel Save-Games wären auch nicht. Aber es wäre vermutlich spielbar auf so einem Server. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und dann könnt meinen Kanal abonnieren. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.